Das alkoholfreie Bier wird also immer beliebter. Woran liegt das jetzt eigentlich? Vielleicht daran, was wir auch gerade im Beitrag gehört haben, dass es inzwischen einfach besser schmeckt als früher. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass der Geschmack einfach deutlich zugenommen hat. Und wir doch in Bayern eine Küche haben, zu der einfach ein Bier gut passt, aber ein Alkohol nicht immer gut passt. Und da ist das alkoholfreie Bier mittlerweile eine wirklich tolle Alternative geworden zum normalen Bier. Aber heißt das eigentlich auch, dass es dann interessant ist für kleinere Brauereien oder ist es eben schwierig, weil man halt diese neue Technik braucht, die ja auch ein paar Euro kostet? Grundsätzlich gibt es ja verschiedene Technologien, alkoholfreies Bier herzustellen. Die Anwendung von Technik über Verdampfungsverfahren oder Filtrationsverfahren für den Alkohol sind es eine. Aber es wird mittlerweile auch geforscht, ob es nicht Häfen gibt, die gänzlich ohne Alkohol vergären können. Und das ist dann auch für kleinere Brauereien umsetzbar. Man muss es einfach nur wollen und man muss ein bisschen pfiffig sein. Man muss ein bisschen rumbasteln sozusagen. Dass jetzt die Leute mehr alkoholfreies Bier trinken und gleichzeitig aber auch das alkoholische Bier zurückgeht, hält sich das so ein bisschen die Waage? Ich denke jetzt eher so an den Export aus Bayern. Also ist das finanziell dann auch wieder auf einer Ebene oder gibt es jetzt Probleme? Alkoholfreie Bier spielt jetzt beim Export keine so große Rolle. Da spielen tatsächlich die bayerischen Klassiker die Hauptrolle. Weißbier und helles und Lagerbier. Wenn man sich die Zahlen anschaut. Wir haben 1990 bei der Wiedervereinigung einen Pro-Kopf-Verbrauch im Schnitt von 148 Liter in der Bundesrepublik gehabt. Mittlerweile sind wir bei 88 Liter angelangt. Und wenn man den Konsum von alkoholfreiem Bier anschaut, sind wir von 5 Liter auf 8 Liter pro Kopf und Jahr gekommen. Also das Volumen ist sicherlich noch nicht da, um das komplett ausgleichen zu können. Aber es wächst und es macht Spaß. Und die alkoholfreien Biere schmecken wirklich und sie schmecken sehr unterschiedlich. Also es ist auf jeden Fall lohnend, sich viele alkoholfreie Biere geschmacklich immer anzuschauen. Ja, Bayern ist da ja auch führend, gell, mit den alkoholfreien Bieren. Ja, da sind wir auch stolz drauf. Und vor allen Dingen bei der Vielfalt sind wir führend. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, der Präsident des Bayerischen Brauerbunds, Georg Schneider. Und wir machen aber jetzt eine kleine Pause. Dann geht es bei uns weiter unter anderem mit Rugby in Bayern und zweimal 5000 Euro für Sie. Das und mehr in wenigen Minuten. Bis gleich.